Die Negation mit Nicht Verben werden mit Nicht negiert. So ist also die Negation von Kennen, Nicht kennen, von Lernen, Nicht lernen, von Sprechen, Nicht sprechen. Wer findet die Lösung für dieses Rätsel? Wo steht das nicht? Hier ist der Lösungssatz. Ich kenne das neue Buch von der tollen Autorin Nicht. Nicht steht am Ende des Satzes, weil es den kompletten Satz negiert.